Topfgucker TV empfiehlt. Herzlich willkommen hier bei uns im Flair Hotel Reuner in Zossen. Ich bin Daniel Reuner, der Inhaber vom Hotel. Wir haben hier 30 Zimmer, ein schönes Restaurant, ein paar Restaurantplätze vorne, einen Wintergarten. Das Besondere bei uns ist eigentlich, dass wir in unserem Garten sehr viel selber anbauen, Gemüse und Tiere aus eigenem Garten haben und damit eine sehr regionale Küche. Und für uns ist wichtig, dass wir Gemüse selber anbauen, wie wir es gleich auf dem Feld sehen werden und Tiere artgerecht halten, wie wir hier mit unseren Schweinen das sehen, so eine Rollschweine. Wir haben auch hinten die Kameruner Wildschafe und auch ein paar Hühner vorne und da versuchen wir so viel wie möglich so regional wie möglich anzubauen. Hier sieht man unser Gemüsefeld, wo wir sehr viel selber anbauen. Hier sind gerade Patissons, Zierkürbisse. Sieht man auch sehr schön, wie die so wachsen. Die werden richtig so eine Teller. Sie sehen eigentlich mehr aus wie so Zierkürbisse, aber sind komplett essbar. Und Spaghetti-Kürbisse, die wir auch verwenden in der Küche für alles Mögliche. Also hier sieht man unser Gemüsefeld, was wir schon ganz lange machen. Seit 1994 gibt es ja unser Hotel schon vorne. Und die Gärtnerei, die so wie sie jetzt hier ist, gibt es schon seit 1900. Und hier wurde immer Gemüse und ähnliche Sachen angebaut. Und zusammen in der Kombination, dass mein Vater ja auch Jäger ist und wir Wild bekommen und unsere Schafe haben, können wir eigentlich viel im Restaurant anbieten, was aus der Region ist, beziehungsweise aus dem Garten und sehr regionale Küche entsprechend. Wir sind ja hier mitten im Grünen, obwohl es nur 20 Kilometer Luftlinie von Berlin entfernt ist. Mit der Regionalexpress kommt man vom Berliner Hauptbahnhof in einer halben Stunde nur zu uns hier draußen zum Zossener Bahnhof. Das ist natürlich sehr praktisch für einen kleinen Ausflug oder einen Fahrradausflug. Nicht weit von hier ist ja auch die, eine der modernsten Wasserskianlagen, die den Wasserskipark Zossen, der sehr beliebt ist für Kurztrips auch. Und man sieht jetzt hier, der Salat, der wird höchste Eisenbahn, dass der abgeerntet wird. Wir haben sonst im ersten Monat des Jahres immer so Frühbeete, wo wir ein bisschen eher anfangen können. Und genau im Gewächshaus, da kann man ja auch sehr viel schon vorher anpflanzen, was immer sehr gut ist. Bei uns wird ja alles sofort verwertet. Also alles, was so Abfall ist an Gemüse, kriegen sofort die Tiere wieder und die freuen sich, dass sie da was fressen können. Das sind so Jungtiere, sieht man schon, die sind jetzt vielleicht vier, äh drei, vier Monate. Alter sind die nicht, die Kleinen. Der letzte ist wahrscheinlich nur zwei Monate. Ich bin natürlich scheu, ähnlich wie Reh, aber doch noch neugieriger. Und die sind sehr neugierig, weil sie denken, es gibt was. Sind aber alles Hippen, also alles Damen sozusagen. Auch hier, wie bei den Schweinen, lassen wir immer nur zweimal im Jahr im Bock rein. Bewusst, dass sie sich weiter vermehren, dass keine Inzuchtheit kommt. Also die Jungböcke müssen raus und die kriegen immer einmal einen neuen externen Mann. Und seitdem wir die Bienen haben, die haben wir jetzt so zwei, drei Jahre, ist natürlich der Ertrag bei den Pflanzen auf dem Feld auch viel höher. Also das Schöne ist ja, dass die Bienen sich um die Pflanzen kümmern und die Bäume sind viel voller, also von den Früchten her, auch die Kirschen und was wir so haben, die natürlich auch die Bestäubung machen von den Einzelpflanzen, die wir so auf dem Feld haben. Das ist natürlich sehr praktisch. Also da hat der Bienen mehrere Effekte. Einmal, dass wir Honig kriegen und dass die ganzen Pflanzen in der Umgebung und die Bäume gleichzeitig bestäubt werden. Man muss ja versuchen, auch Bienen wieder zu kultivieren, dass ein bisschen mehr Bienen in der Gegend sind. Viele wollen ja mal keine Bienen haben, aber die bringen halt gerade den Ertrag auf dem Feld oder auf den Feldern und was wir so alles haben. Und bei dem Schilf geht es dann los mit dem Sumpfgebiet, also wo richtig auch das Wasser ist. Aber hier haben wir jetzt aktuell nur die Gurken drin. Hier wurden die die Pflänzchen vorgezogen, die jetzt auf dem Feld sind. Und jetzt sind quasi nur noch für die Wärme die Gurken hier drin, weil die jetzt sehr schön warm ist. Nebenan sind noch die Physalis. Und so wie die jetzt hier, so ziehen wir die Pflanzen fürs Feld genauso. Und dann werden sie von hier aus aufs Feld gepflanzt. Aber die sehen, die sind trotzdem orange. Aber haben nicht die, wie bei denen die kaufen, diese Wacksschicht, sondern sind immer relativ glatt. Genauso viel Vitamin C wie die Zitrone. Und dadurch hat man ja sehr viele Vitamine. Das ist gleich Pflicht, dass jeder ein paar Physalis essen muss. Also schön ist auch unsere kleine Wiese hier mit den Äpfelbäumen. Da haben wir einen Platz für so fünf bis sechs Wohnmobile. Also die mobile, die komplett autark sind. Das heißt vielleicht nur noch Strom brauchen, können bei uns einfach so stehen. Die zahlen zwar eine kleine Standmiete, aber die wird ihnen, wenn sie essen kommen, zu uns wieder gegengerechnet. Somit ist das eine schöne Möglichkeit für die Urlauber, die mit dem Wohnmobil unterwegs sind. Person ethnicgr centigrade. Servỗ Turning Lane Entscheid Lange 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 Ach琢珄 Lange independ iş Da lade ich Sie ein, gerne bei uns hier ins Restaurant zu kommen, auch gerne im Wintergarten bei kälteren Temperaturen, da ist auch der Kamin an oder bei schönen Temperaturen auf der Terrasse.